Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Hallo, lieber Tierfreund. Wir haben in der Praxis immer wieder Hunde, die ganz blöd irgendwo drauf treten, die sich eine Kralle abreißen oder anbrechen. Das kommt auch bei Kapseln vor, wenn auch weniger häufig. Nun, was ist das Gefährliche daran? Wenn sich ein Hund, bleiben wir erst mal beim Hund, eine Kralle anbricht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Er bricht sich nur die Krallenspitze ab. Er kann sich die aber auch mittendrin brechen. Dann ist auch meist schon das Krallenbett mitverletzt. Und er kann sich halt komplett die Zehe ausreißen. Nicht die Zehe, die Kralle. Sodass halt wirklich im Knochenansatz schon das erste Zehengelied fehlt und damit auch die Grundlage für die Kralle. Bei den Hunden, die sich die Krallenspitze anbrechen, ist es meist nicht schlimm. Es blutet nicht. Also da muss man dann nicht intervenieren. Aber die Hunde, die sich die Kralle halt auf halber Höhe zum Beispiel brechen oder ein bisschen tiefer, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Kralle entsprechend entfernt. Jede Bewegung tut weh. Und wenn wir das Krallenbett mitverletzt haben, ist die Gefahr, dass das Keime aufsteigen, sehr, sehr groß. Wir müssen uns ein bisschen die Anatomie vor das geistige Auge holen. Und zwar ist das letzte Zehengelied, das ist geformt wie die Kralle. Und das ist aus Knochen. Und da drumherum befindet sich das Krallenbett. Ein ganz fein durchblutetes Gewebe, auch viele Nerven und so weiter. Und darum blutet es auch meistens sehr, sehr stark. Auf diesem Krallenbett sitzen die Zellen, die nachher die Kralle bilden. Zellen, die sich sehr häufig teilen. Die äußeren Zellen, die verhornen, die lagern halt dieses Hornmaterial ein und sterben dann ab. Die werden dann nach außen geschoben, laufen sich ab. Und in der Tiefe auf dem Nagelbett, da sitzen halt die lebenden Zellen. Deshalb, wenn wir eine Kralle gut ziehen können, meistens machen wir das mit ein bisschen Eisspray und dann ist das mit einer Klemme, einfach ein kurzes Ziehen, dann ist die Kralle raus. Und dann schaut man auf das Nagelbett, das ist meistens, ich glaube man sagen, so ein bisschen fleischiges Material. Und dann machen wir einen Salbenverband und innerhalb von drei bis sechs Tagen heilt dann das Nagelbett nach. Das sieht am Anfang so die ersten Zellschichten so ein bisschen matt glänzend aus, so wie unsere Fingernägel. Und spätestens dann, ein bisschen über den zwei, drei Tage später, ist dann auch das Gewebe wieder mechanisch belastbar, sodass wenn der Hund dran leckt, sich nicht gleich alles wieder aufleckt. Und dann kann man den Vorsicht wieder laufen, das am besten am Anfang als mechanischen Schutz draußen gegen Steine und Aufschürfen mit einem Socken oder mit einem Schuh. Wenn die Hunde das fertig bringen, sich das Nagelbett oder die Kralle sehr tief zu verletzen, dann kann es sein, dass wir die Kralle eben nicht so einfach ziehen können. In der Regel machen wir dann Zugsalbenverbände, damit wir das Krallenmaterial lockern und machen dann nochmal einen Termin, drei Tage später, um dann zu schauen, können wir jetzt die Kralle ziehen, ganz selten brauchen wir auch mal eine Narkose, wo einfach unten die Kralle noch so fest sitzt, weil wir sie nicht abbekommen. Aber wie gesagt, sie ist beweglich, sie tut weh und die Gefahr, wenn es nicht einwandfrei aushalt, und dass ein Infekt im Krallenbett aufsteigt, ist sehr, sehr groß. Deshalb die Empfehlung, bei jeder Krallenverletzung mit dem Hund auch unbedingt zum Tierarzt gehen, weil leider werden uns solche Hunde, wo die Besitzer gesagt haben, ja, so schlimm sah es nicht aus, oftmals erst Tage oder Wochen später vorgestellt und dann haben wir das Problem, dass oftmals schon ein Infekt aufgestiegen ist und wir auch ganz, ganz schnell mal eine Krallenbett-Vereiterung oder Entzündung haben. Wie gerade schon gesagt, das letzte Zehnglied ist der Knochen, auf dem das Nagelbett sitzt. Und durch diese sehr innige Verbindung von Nagelbett zu Knochen ist es so, dass natürlich der Infekt ganz schnell auf den Knochen überschlägt und wir dann eine sogenannte eitrige Osteomyelitis bekommen. Das heißt, wir haben eine eitrige Entzündung, einen eitrigen Infekt, der dann das erste Zehnglied, also den Knochen zerstört. Und diese Entzündung, die kann weiter wandern und auch auf die anderen Knochen die ganze Zehe hoch ja, übergreifen und dann müssen wir halt ein bisschen mehr als eine Zehe amputieren. Das kommt auch manchmal vor, wenn der Hund sich zum Beispiel die Kralle sehr tief abreißt, also das Krallenbett mit rausreißt, das kommt gelegentlich vor. Manchmal muss man dann vorne ein bisschen Gewebe entfernen, damit es überhaupt zuheilt. Sonst bleibt es halt eine chronische Wunde, weil das Krallenbett vorne einfach die ganze Anatomie der Kralle, selbst wenn die Kralle gezogen wird oder rausgerissen wird, manchmal heilt es einfach nicht zu. Da muss man ein bisschen chirurgisch nachhelfen. Aber es ist auch so, wie gesagt, wenn die Zehe richtig dick wird, wenn die richtig innen drin veraltert ist, das habe ich jetzt gerade bei einer Katze, dann bleibt manchmal nur die chirurgische Entfernung einer Zehe. Klingt schlimmer als es ist, da kommen die Tiere zumindest damit klar. Ich hatte jetzt gerade gestern eine Katze, die war im Notdienst, da stand die Kralle hoch, die hat sich wahrscheinlich auch angerissen, aber sehr, sehr tief. Die Anatomie ist halt bei einer Katze eine etwas andere als beim Hund und der Tierarzt hatte lediglich die Kralle geknipst, also gekürzt. Und wir haben uns die angeschaut, die Kralle fehlte mittlerweile komplett, die war rausgeeitert, die ganze Zehe war komplett dick eitrig, also etwa um fünffache verdickt, ganz derb, schmerzhaft. Da haben wir jetzt erstmal ein Antibiotikum gegeben, haben einen Salbenverband gemacht und schauen am Donnerstag nochmal. Ich habe aber die leise Befürchtung, dass wir da eventuell zu spät kommen und dort die Zähne schon amputieren müssen, bevor es halt auf die ganze Fote überschlägt. Also deshalb unbedingt immer den Hund oder die Katze oder die Tierarzt vorstellen bei Krallenverletzungen, weil es auch viel, viel schlimmer werden kann, besonders wenn man halt diese Fälle sehr spät in die Finger bekommt. Passt auf euch eure Fellnasen auf, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann mit dem nächsten Podcast. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht es direkt weiter hier mit Henning Wils.